gleich die sardinia und wir brauchen die karte wir müssen jetzt so praktisch wo waren unsere haupt ziel war das hier war das das heißt wir müssen jetzt markieren ja gar nicht so weit sind ja vorhin von hier nach da gelaufen und wieder zurück ja wo ich sagen bei mir so ein bisschen ganz so ewig dauert hier wir sind auch bald schon wieder lacht so viel fehlt gar nicht mehr das machte straß zu wir haben gar keine toten kollegen gefunden hier ein in wirklichkeit sind das ja alles tote tubies möchte ich mal so anmerken gerade drüber halten bleibt doch mal stehen mr light immer die mitte ich spürte meine eigenen schwächen in einer grün versunken ist wir sind nicht in der stadt meine güte nie 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 gelten letzte kraft fundrate niederhandel fundrate ist immer gut geld war jetzt nicht so dicke ne frage ich nur ob das wirklich spieler sind die hier an der stelle gestorben sind weil hier ist ja niemand oder ob das vielleicht einfach nur gefickt ist von square enix oder square enix oder die alle da oben sind gibt es doch da irgendwas ja mich wieder hoch da kommt dieses klingeln immer verratet es mir hier komme ich doch hoch und kopf zu wauw 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 Oh krass, da guckt sich einer diese Texturen an. Oh man, das ist so mies ey. Und ganz ehrlich, das erkläre ich mir nur damit, dass die Konsole einfach nicht genug freie Ressourcen hat, um wirklich alles hier auszutexturieren. Genau wie hier. Das ist nicht hübsch. Ich meine, es stört jetzt nicht übermäßig. Die Spielmechaniken an sich von diesem Spiel sind ja dafür, also bis jetzt, soweit wie ich mitgebe, einwandfrei. Weil das sind so Schönheitsfehler. Die müssen eigentlich nicht sein. Aber nein, 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 ich kann nicht weg. Da haben wir über den Haufen geschossen hier. Egal, äh, wo müssen wir denn lang? Wir müssen weiter hier, um dann zum Eingang zu kommen. Du 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 du, wir laufen durch die Wüste. So eine Art Hobby, ne? Von Tobi. Einfach mal durch die Wüste rennen. Oh, liegt da wieder einer? Lagt da auch einer? Ne. Von Stein. Ein schlecht austexturierter Stein. Ach genau, immer nur wieder. So. So. Ich weiß nicht, ob man überall hinkommt, was man sehen kann. Äh, Spiel, hallo? Wieso? Wieso ist die Maus schon wieder da oben in der Ecke? Das nervt mich echt tierisch. Oh. Oh, hallo. Mein 2, 2, 2, 2, 2, 2. Technik Buch. Okay, das hat man glaube noch gar nicht. Oh, ja. Ja, wisst doch genau. Wenn da was leuchtet, muss der Leub hinlaufen. Ähm. Lässt sich nicht ändern. Guck mal ernst. Den ist ein leuchtender Ring oder so. Wenn es da geht. Ah, das ist wieder ein Speicherpunkt. Gut. Es tut mir fast schon leid, ey. Und war da Level 1 gerade? Das hab ich gerade richtig gesehen. So, da können wir nochmal speichern. So. Boah. Boah. Diese Texturen hier. Alter, Leute. Äh. Ich freu mich schon so tierisch auf den ersten Patch, der das ganze nach oben schraubt. so. Mod. Aber ich hab mich auch schon etwas belesen. Es wird. Uh. Cool. Hallo. Wo bist du? Amethiest. Amethiest. Achhi. Tari. Ist mir egal. Äh. Gib mir dein Gelumber. Ähm. Geld. 3.250. Cool. Fundrate 2. Ausweichdistanz 3. Bewegungsdampfer 2. Sehr cool. Der hat sich ja gelohnt. Cool. Äh. Wollen wir mal lang? Mal gucken, was es hier so schönes gibt. Na ja. Lauf. Hier sind wir auch reingekommen. Hm. Technikbuch. Ich glaube die Sachen. Also die. Ja. Kann man bestimmt noch nie auch machen. Mal unbedingt rausfinden wie das geht. Haben wir ja schon einige gesehen. Und was ich gerade sagen wollte. Ich glaube die Sachen die wir so finden. Die sind scheinbar regionsabhängig. Denn wir haben ja schon das zweite Technikbuch gefunden. Schuss. Gehen wir rein. Ja. Laufen, Eule. Nicht stolpern. Nein. 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 Komm her. Genau. Oh. Wie ist es. Es ist. Schön. Oh, Stufe 10. Okay. Woher kommt dieses Glockenläuten immer? Wie entferne ich diese blöde Markierung? Bewegen, drehen, zentrieren. Ortensymbole, ah cool. Körper? Habt ihr gesehen auf der Karte? Aber die waren schon Level 10, die Gegner. Ich weiß übrigens nicht wie viele Level es gibt, aber ich nehme mal an. Auf jeden Fall so Richtung 100, wenn wir jetzt schon gleich bei 18 sind. Wenn ich gar mehr. Und ein bisschen darauf an, wie sich das Verhältnis zu die XP, die man kriegt bei den größeren Gegnern dann ist. Ähm... Ich hätte da eine Idee, wieso da zwei Körper liegen. So eine ganz, ganz kleine. Hast du die gerade ausgewischt? Erh... Ah, ich dachte... Shit. What? Komm schon. Oh Gott! Nein, ich spring doch noch voll rein! Neue Stufe! Level 8! Sehr geil! So, mein Kollege, was zum Teufel bist du? Ähm... Hallo? Ja, was du bist, bist Stufe 12. Ja, ich bin mir egal. Und hau scheit so oft nicht drauf, wenn du gegen Kugeln geschützt bist. Ich glaube, passiv war keine gute Idee. Guck mal mit! Ah, ich kann jetzt mit ihm reden im Kampf. Wart er ja gar nicht mehr! Wirst du jetzt alleine kämpfen? Ich meine, das machen wir hier die ganze Zeit. Da ist eh völlig nützlos! Und tschüss! Was, komm mal her, können wir jetzt mit dir reden? Ja, komm, mach mal ein bisschen hin. Ja. 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 Ja, komm schon. Ja. Und tschüss! immer aus und tschüss komm 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 ja ganze kippe hat schon erfolgt erfahrung 167 richtig cool und stimme an der wird auch hübschen blut gegeben haben ja angriff laden erhalten okay so wir waren noch zwei ja seit korinien hat es nicht überlebt aber keine verschwendung geld 12 bisschen los was hat man am waffen angriff beeinflusst der tanke der dritte freien um die bunt lang zahlen taxen gehen was hast du schönes für uns geld 12 und rade und 1 er und lp max erhält das 3 so max erhält das 4 insgesamt mir noch defektes kabel ich sehe einigen zu leben aus da hast du noch gut nur schön umgucken so man schlückschen schlückschen äh not schlückschen schlückschen hahaha wie cool wir haben in die falsche richtung gerannt vertreibend Ich glaube nicht, dass es die Maschinen waren, ehrlich gesagt. Ich glaube, es sind alles Schwestern. Oh Gott, wenn das nicht übelst, noch eine Arena aussieht. Okay. Okay. Hey. Kapitän. Aber hier stirbt doch keiner. So langsam das Gefühl, dass das Ausweichdistanz, Bewegungstempo, Heap 1, cool. Das ist gar keine echten Spieler sind. Ja, ich sehe, wie das hier, kann ich den looten oder nicht? Was ist das? Was ist das? Meine Liebe. Meine Liebe. Meine Liebe. Meine Liebe. Nicht zuhören, 2B. Together. Forever. Together. Forever. Give me. Give me. Give me. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Let's take them out. Give me. Love. 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 Am übrigens gerade zwei gefögelt. Nur so nebenbei. Alle Stufe 9, wie es aussieht. Komm schon, komm schon, EINGRIFF! Weg, weg 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 weg. Aua, aua, aua! Wie viele sind denn das? Übel! Oh, scheiße! Das wird doch mal mehr! Was ist hier? Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was sie machen. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was sie machen? Was ist passiert? 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 Oh, scheiße! Super, ja. Was, Stufe 2? Der war da gerade Stufe 1? Stufe 3? What? Krass, Stufe 4? Stufe 4? Dodge. Projectile. Deflect. I think he's evolving. We better finish this quick. Oh, fuck. Shhh. Oh, Kass. Was macht das Vieh? Was macht das Vieh? Oh, ich weiß. Yeah. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Was? 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 Wtf? Oh, kass. Boah, scheiße. Boah, schon Stufe 7. Weg. Was? 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 Stufe 8. Der kriegt immer mehr Fähigkeiten. Wow, fuck. Stufe 9. Was? Alter. Boah! Nein! Krass, er nimmt immer weniger Schaden. Wir haben ihn fast. Boah, krass. Neue Stufe 9. Boah! Bitte Maus, hör ab hier. Nein. Boah! 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 ich sehe nicht wo es lang geht immer haben wir so eine Seitenansicht und jetzt nicht was soll das Eule lauf nicht stolp waren REN REN Errungenschaft freigeschaltet es ist ein Junge Was sollten wir tun wenn ein paar Bomben droppen kann was war das denn was war das denn da habe ich eine kiste die wir nicht öffnen können komm schon da oben auf dem stein sind auch sachen ich sitze darunter und zu dem stein nehmen wir zurück wenn wir uns ja mal merken ich will oben lang darüber springen zack zack ein wasser das dubi ganz fein wir haben echt eine ganze Menge Leben verbraucht sie müssen wirklich bevor wir auf Story Mission gehen echt und nicht was einsam was das hä und auch Physik Elemente hier ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020